Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einer weiteren Total Warmer 2 Runde, gespielt von mir persönlich. Multiplayer-Schlachten bis zum Abwinken. An einem Tag gibt es meistens Multiplayer-Schlachten und am anderen gibt es Kampagne, die euch hoffentlich genauso gefällt. Im Rahmen des Zwergentutorials, das vor einiger Zeit herausgekommen ist, habe ich ja einige Zwergenspiele gespielt. Und jetzt, sagen wir mal zum Abschluss dieser Zwergerunde, auch mal ein Spiel gegen die Zwerge und dafür habe ich mir die Tiermenschen herausgesucht. Nicht unbedingt eine der besten Armeen momentan, aber das sind die Zwerge auch nicht, deswegen ist es auch nicht so schlimm. Ich wollte euch hier zeigen, wie man Zwerge professionell auseinander nimmt. Würde ich jetzt sagen, professionell, wenn ich damit Geld verdienen würde, also ein Lebensunterhalt. Ein bisschen Bissen gibt es für YouTube. Also essentiell, um Zwerge zu vernichten, sind Streitwagen, deswegen hier ein Regiment Gnagor Streitwagen, hier ein Vorhut. Ist außerdem Kasalak der Einäugige, ebenfalls auf einen Streitwagen. Wundervoller Waffenschaden 280 mit 113 Angriffsbonus. Ach du Schande, das ist der Wahnsinn, wie eine schwarze Kutsche, das seine drei Boni bekommen hat. Ein paar Chaos-Hunde, um Fernkämpfer ein bisschen auszuschalten und zu ärgern. Und außerdem Schwarzhorn-Vermeerer sich vermutlich irgendwie hier in Vorhut ebenfalls positioniert und Schleicherfähigkeit unsichtbar. Durch 47 Nahkampfabwehr halten die sich auch ziemlich gut gegen Bergwerker und Ranger und auch gegen normale Zwergenkrieger, die er hier jetzt nicht mitgebracht hat. Und um Zwerge noch weiter zu nerven, also hier ist Nollen-Streitwagen dabei, ein Zügor. Und Zügor sind einfach ziemlich gut, ich meine, ich finde ihre Genauigkeit ist relativ gut. Und wenn der Gegner keine eigene Kanone mitgebracht hat und ihm zu kontern, kann er die Zwergenformation so richtig unter Druck setzen. Es ist ein bisschen Müll dabei hier in der Frontlinie, beziehungsweise das hier Müll. Wertvolle Ablenkungsregimente, Ungur-Sperrkämpferherden mit Schild. Schild in dem Fall meiner Meinung nach wichtig, da einem das mehr Standfestigkeit der, ähm, ähm, ja, wie heißt dieses Ding? Genau, entbehrlichen Infanterie, damit sie länger hält und länger kämpfen kann. Und um der Elite-Infanterie den Bestigorn, den Panzerbrechen-Bestigorn und den Schlechtern von Kalkengrad die Möglichkeit zu geben, die Zwerge zu flankieren. Es ist außerdem noch ein Regiment Sentigors mit Wurfechsen dabei, das ist ganz essentiell, wenn ihr gegen Zwerge spielt. Falls die Zwerge Gyrocopter mitgebracht haben, die ja meiner Meinung nach essentiell für ein gutes Zwergenspiel sind, bei dem ihr Chancen haben wollt, ähm, die hat er hier auch fleißig mitgebracht. Und seine Zwergenarmee sieht an sich ganz in Ordnung aus, meiner Meinung nach. Er hat drei Regimenter Bergwerke mit Sprengladung in der Frontlinie und dahinter absolute Elite-Infanterie. Einmal die Gipfeltorwache, einmal die Norglimmings-Eisenbrecher und nochmal Hammerträger. Schwer gepanzerte Infanterie mit ganz guter Nahkampfabwehr, unglaublichem Nahkampfangriff und sehr viel Panzerbrechen und Schaden. Dazu im Hintergrund noch die Raddrachenrückenslady. Niemals fliehen Ruhenschmied und Grombrinner, der weiße Zwerg, als Lordkiller. Zwei Mal Gyrocopter, jeweils Schwefelkanonen und zweimal Bucken und Skumpane. Das heißt, vielleicht hätte ich es doch ein bisschen anders gemacht. Vor allem, wenn ich bedenke, dass die Tiermenschen eine wirklich gnadenlose Rush-Armee sind, hätte ich vielleicht nur ein günstiges Regiment-Fernkampf mitgebracht. Gerade gegen solche Sentigors, die mit Fernkämpfern, die mit Exna ankommen, um die auszuschalten. Und den Rest in meine Infanterie-Linie gesteckt. Gyrocopter finde ich gut. Genauso wie die Drachenrückenslayer gegen gegnerische Infanterie. Aber abgesehen davon, dass ich hier fernkampfmäßig leichter eingestiegen wäre. Vielleicht hätte ich noch eine Kanone mitgenommen, gerade gegen Zygoren. Ja, aber ansonsten kann man das schon so machen. Und ihr seht, es geht bereits los. Ich habe die Zwerge bereits umstellt und werde von allen Seiten versuchen, mein Möglichstes zu tun, um ihn zu stören. Der Züge hat auch bereits angefangen, auf meinen Gegner zu werfen. Und BÄM! Jetzt seht ihr mal, was mit so einem Gipfeltor-Wahren-Hammer-Träger-Regiment passiert. Damit, ja, das so schön Elite-mäßig dasteht und sehr schnell kaputt gehen kann. Bin auch ziemlich überrascht, gerade wie viel Schaden die Gyrocopter an meinen Schlechtern von Karlgarten. Guck dir das mal an! Zwei, zwei Würfe, zwei Würfe auf den Gipfeltor-Hammer-Träger. Halbes Regiment kaputt. Der Züge hat sich auf jeden Fall genohnt. Und damit er nicht meine anstürmende Frontbienen zu sehr beschädigen kann, sind meine Hunde bereits drin, um seine Formation ein bisschen aufzulenken, abzulenken. Zu stören, damit er nicht so überall hin seine Granaten entwerfen kann. Und hier im Hintergrund haben sich die Streitwegen bereits darum gekümmert, diese Gipfeltor-Wache weiter ausernahe zu nehmen. Und das ist das große Problem mit den Zwergen. Jetzt hier diese Gipfeltor-Wache. Unglaublich teuer. Und bevor sie noch irgendwas gemacht hat, ist sie völlig vernichtet. Oh, der nächste Stein in die Gipfeltor-Wache. Und außerdem im Hintergrund das Pendel, das Norgtenmings Eisenbrecher schon schwer beschädigt hat. Und genau das kann mit den Zwergen passieren, wenn man nicht so richtig aufpasst. Norgtenmings Eisenbrecher mit 0 Kills vernichtet. Weil hier einfach nichts war, was sie vor den Streitwagen geschützt hat. Da hat mein Gegner eindeutig die falsche Zielpriorität mit seinen Gyrocoptern gesetzt. Auf die Schlechter von Kalkengrad zu gehen, war eigentlich nicht wirklich notwendig. Die regenerieren sich sowieso und haben Schilde. Die Streitwagen wären hier deutlich besser gewesen. Gerade Khazrak, der Einäugige, hätte auch unbedingt seine Slayer so positionieren müssen, um eine Streitwagen abzufangen. Stattdessen sind die Slayer auf die andere Seite geschickt worden, um den Angriff der schwarzhohen Vermehrer zu verhindern. Die Slayer werden jetzt von hinten angegriffen. Die werden wir wahrscheinlich den Kampf überleben und gewinnen. Aber so wichtig ist es jetzt dann auch wieder nicht. Denn Hauptsache sie sind hier nicht hinten und halten meine Streitwagen auf. Oder sie halten sie nicht davor ab, jetzt auch noch durch die Eisenbrecher zu fahren. Und ihr habt ja in meinen Spielen gesehen, wie lange diese Eisenbrecher eigentlich in der Lage sind, die Linie zu halten. Und trotzdem, durch diesen ganzen brutalen Schaden, den sie abbekommen von allen Seiten und die Streitwegen, die durchkommen, bricht selbst ihre Moral langsam aber sicher auseinander. Mein Gegner hat sich jetzt endlich das richtige Ziel rausgesucht. Ein bisschen besser spät als nie. Und verfolgt Khazrak den Einäugigen und bereitet ihm mal wieder ziemliche Probleme. Mein Konto dagegen war es eigentlich, die Sentigors mit Wurfechsen hinterher zu schicken. Habe ich jetzt gerade in diesem Moment ein bisschen vergessen. Aber noch, jetzt setzen sie sich in Bewegung. Und seht euch das an, Norglims Eisenbrecher waren zwar ziemlich schlecht für, also die waren fast dabei zu fliehen. Aber Grombrinner hat, Grombrinner erkennt keine Furcht gecastet. Und jetzt kämpfen sie gnadenlos weiter. Und ihre Moral wird sich wahrscheinlich vor dem Moralschock, dass sie sehr viel Lebensenergie verloren haben, wieder erholen. Da kommen die Sentigors mit Wurfechsen, schießen auf die Gyrocopter. Denen geht es auch nicht mehr so gut. Norglims Eisenbrecher noch da, Hammerträger noch da. Und ihr seht jetzt, wo die Streitwegen, dadurch, dass sie ein bisschen hängen geblieben sind und von Gyrocoptern beschossen wurden, die sind jetzt weg. Und jetzt kommen die Zwerge in die Situation, in der sie am besten sind. Nämlich der Frontlinien-Infanteriekampf, in dem sie kaum zu besiegen sind. Aber zum Glück war hier noch ein Streitwagen, der mit seinem riesigen Gnagortier die Zwerge auseinander nimmt. Kriegt es auch nur auf die Schnauze. Ist der General, der General immer noch nicht weg. General immer noch nicht weg. Aber das war für mich... Das war wirklich einfach nicht gut, was er hier mit seinem Gyrocoptern gemacht hat. Er hat auf jeden Fall meinen General und wahrscheinlich meinen Zauberer schon lange ausschalten können. Das hat hier nicht funktioniert. Und jetzt werden die Hammerträger zerwomfen vom Züge. Ich weiß gar nicht, wie viele Kills er gemacht hat. Die Eisenbrecher haben sich ewig gehalten nach ihrem anfänglichen Schaden, den sie bekommen haben. Aber auf Dauer können sie sich vor allem jetzt nicht gegen die Streitwagen durchsetzen. Jetzt Züge, 940 Kills und das waren alles Hammerträger. Hammerträger und Nordklinik-Eisenbrecher. Ganz schön unangenehme Situationen für die Zwerge. Von ihm zerschossen worden zu sein. Das Problem mit dem Züge ist auch, der hat so viel Lebensenergie. Den kriegt er mit Gyrocopter, mit Schwefelkanone kaum kaputt. Das heißt, ihr braucht eigentlich unbedingt eine Kanone, um den Züge zu kontern. Ansonsten müsst ihr euch mit Zwergen unbedingt immer eine Kanone gegen Züge mitbringen. Sonst haut der euch auseinander. Und das Fies an der Artillerie des Züge ist ja, er kann ja außerdem vor euren Zwergen dann weglaufen. Oh, Züge, Zügewurf auf die Gyrocopter, auch nicht schlecht. Er läuft einfach weg vor eurer Zwergeninfanterie und wirft immer wieder drauf. Und sorgt dafür, damit für euer Zwergenende. GG an Satellite, der seine Zwerge, ja, nicht ausreichend, nicht, ich denke hier, was hier das Problem von Satellite war mit dieser Armee, die ich denke, schon eine Chance gehabt hätte. Er ist mir im Nachteil eingestiegen, dadurch, dass er keine Kanone gegen den Züge hatte. Ich hätte ihn richtig gut auseinandernehmen können. Ich hätte ihn in den Angriff zwingen können, ehrlich gesagt, als ich da hinten gestanden bin. Warum bin ich eigentlich angegriffen? Ich hätte eigentlich gar nicht angreifen müssen. Der Zügeur hätte die Zwerge zerschossen. Und die Gyrocopter mit Schwefekanone hätten nicht genug Schaden am Zügeur gemacht, um ihn zur Flucht zu bringen. Und wahrscheinlich wäre er in der Zwischenzeit von Incentigos mit Wurfechsen auseinandergeschossen worden. Aber Tiermenschen sind ja eine Angriffsfraktion, also bin ich in den Angriff gegangen. Weiterer Fehler, den er gemacht hat, war mit den Drachenrückenslayern. Nicht meine Streitwagen aufzuhalten. Gerade diese sind ja in der Lage, die gegnerische Geschwindigkeit zu reduzieren, was sehr, sehr wertvoll gewesen wäre. Ein Regimentslayer vielleicht auch ein bisschen wenig gegen die Tiermenschen, die ja mit ihren guten Streitwagen kommen können. Ansonsten wäre das ein reiner Frontlinienkampf gewesen. Hammerträger und Norheims Eisenbücher gegen meine Infanterie hätte er auf jeden Fall gewonnen. Da habe ich gar keinen Zweifel. Ehrlich gesagt haben Bestigors oder Ungors und Schwarze und Verheere, die haben gar keine Chance, die werden in Nullkomman nichts zerlegt. Aber dadurch, dass hier einfach so wenig da war und er auch die Bugmanns-Kumpane nicht so richtig eingesetzt hat, wir haben ja gesehen, sie sind nach vorne gelaufen, sind dann wieder nach hinten gegangen, haben eigentlich nie so richtig irgendein Ziel fokussiert. Das hat ihm hier wirklich viel, viel gekostet. Und natürlich auch das Spiel. Selbst wenn der Züge nicht dabei gewesen wäre, hätten die Streitwagen, obwohl dann wären die Streitwagen, die sind dann ja schon zerstört worden. Ich habe sie ein kleines bisschen vernachlässigt, glaube ich, irgendwann. Ohne die Streitwagen wären auch die Hammerträger nicht kaputt gegangen. Da hätten auch wahrscheinlich zwei weitere Regimenter Bestigors gegen die Gipfeltorwache keinen großen Unterschied gemacht. Also, Fazit, Zwerge können gut sein, aber ihr müsst euch schon gut eure Armee überlegen, um euren Gegner zu kontern. Wenn ihr keine Möglichkeit habt gegen gegnerische Artillerie, dann seid ihr eigentlich schon gleich erledigt mit den Zwergen. Überraschenderweise. Ja, GG an Satellite. Ich hoffe, er hat dieses Replay sich angesehen und aus seinen Fehlen gelernt. Ich hoffe, euch hat die Runde der verstärkten Zwergenspiele gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.